willkommen zurück das hier ist schon das letzte video in chapter 03 die zeit rennt mein lieber mann okay ich schalte mal um hier und wenn ich euch das hier zeige dann kriegen wahrscheinlich ungefähr drei viertel von euch ein deja vu mensch das habe ich doch schon mal gesehen das video habe ich schon mal gesehen richtig im rahmen der informatik 1 als wir über die bluescreen technik geredet haben ich fahre das ding mal ab hier einige von euch haben das ja vielleicht noch nicht gesehen hier dreht sich um die dreharbeiten von a new hope star wars episode 4 und ihr seht dass hier trickaufnahmen von millennium falcon gemacht werden die farbe blau scheint hier eine ganz besondere rolle zu spielen die entsprechenden elemente die hier in dem film übernommen werden sollen die erde mehr den falken werden von einem blauen hintergrund aufgenommen ok und das hat einen besonderen grund wir hatten das schon mal besprochen in der in der informatik 1 die bluescreen technik erlaubt mir zwei bilder zusammenzusetzen zwei bilder zu komponieren aus einem vordergrund unten im hintergrund ok und die frage ist mensch im komponierten im zusammengesetzten bild was soll denn der vordergrund sein und was soll der hintergrund sein und die antwort ist sehr sehr einfach alles was im ersten bild tatsächlich blau gekennzeichnet ist hier wie die entsprechende umrandung von millennium falcon hier an der stelle das wird hintergrund sein alles was nicht blau ist wird vordergrund sein ok super den hintergrund den blauen hintergrund werde ich durch einen beliebigen hintergrund meiner wahl ersetzen zum beispiel den death star oder wie die unendlichen weiten der galaxis also kann ich den vordergrund der millennium falcon vor einem beliebigen hintergrund platzieren der überhaupt gar nicht im bild war als der kollege hier der gerade im trickstudio steht seine arbeit getan hat das ist die bluescreen technik und das ist etwas was wir mithilfe der image library der img library die wir uns im letzten video angetan haben und ja den ganzen array processing ideen die wir in der zwischenzeit in den letzten videos angesammelt haben hier auch in c0 sehr sehr leicht nachvollziehen können ich weiß ihr kennt das beispiel schon aber ich glaube es hat einen echten wert den vergleich zu ziehen zwischen der c0 variante dieses bluescreen beispiels und der alten racket variante des beispiels des bluescreen beispiels wer die racket variante nicht kennt überhaupt gar kein problem das c0 programm wird für sich selber stehen und ihr werdet hier bei unserer diskussion die diskussion verfolgen können ohne jemals auch nur ein bit aus der informatik 1 irgendwie mit aufgenommen zu haben okay die bluescreen technik ist eine technik die aus dem film kommt okay und es passiert genau das was ich hier gerade eben schon erwähnt habe es werden zwei bilder miteinander kombiniert hier das sind zwei bilder hier steht die kamera in dem ersten bild hier sind bestimmt ausgewählte teile in diesem ersten bild werden mit blauen pixeln gekennzeichnet das sagt der bluescreen technik das ist in wirklichkeit hintergrund das vordere bild hier wird an den blauen stellen quasi durchscheinen und das hintere bild hier der hintergrund darf dort an diesen stellen seine pixel beitragen und damit tatsächlich den hintergrund definieren diese beiden bilder hier diese beiden die werden im zusammen gemischt in der bluescreen technik um zusammen das gesamtbild zu erzeugen das ist die idee hinter der bluescreen technik hervorragend ich habe auch noch mal einen link hinterlassen wer Lust darauf hat sie sich das durchzulesen der ist da gerne eingeladen sich das irgendwie noch mal genauer anzupacken anzutun ziemlich klar sollte sein wenn ich die bluescreen technik nach implementieren will und ich werde das machen indem ich mir zwei png bilder greifen kann in die daten der png bilder in die pixel daten der png bilder reinschauen werde und das kann ich machen weil ich die img library am wickel habe und da werdet ihr es glaube ich nicht für überraschend halten wenn ich hier in dem ersten bild checke ob die pixel auf die ich gerade schaue ob die blau sind ja oder nein falls sie blau sein sollten dürfen die pixel des hinteren bildes nämlich durchscheinen ich brauche den prädikat eine entscheidung die mir sagt gegeben der folgende pixel aus dem ersten bild bist du blau ja oder nein okay und ja dieses prädikat dieses bluish prädikat das habe ich hier mal auf der slide wiedergegeben okay also was da rein geht ist tatsächlich den pixel wir wissen wie pixel inzwischen kodiert sind nämlich als 32 bit werte 8 bit alpha wert und dreimal 8 bit rgb werte diese 32 bit gehen als pixel hier rein was rauskommt ist nun boolean hey bist du blau ja oder nein bist du bläulich gefärbt dominiert die blaue komponente unter deinen rgb komponenten das ist eigentlich die frage die wir an dieser stelle beantworten wollen okay ja wenn ich irgendwie feststellen will ob blau stärker vertreten ist als rot und grün okay dann brauche ich erstmal zugriff auf die einzelnen rot grün und blau komponenten in diesem pixel und hier kommt genau unsere diskussion aus dem letzten video und auch die hexadezimal notation wieder zum zuge okay erinnert euch dass die rot komponente hier die rot komponente in so einem pixel in genau acht bit verpackt war acht von den 32 bit in diesem pixel in den pixel werten die waren dafür zuständig tatsächlich die rot komponente zu kodieren diese acht bit die werde ich genau hier aus dem pixel irgendwie raus operieren und das mache ich in zwei schritten ich werde erstmal eine bit maske ansetzen die mir alle bits ausblendet die obersten acht und die untersten 16 die mir alle bits ausblendet die sich nicht um die rote farbe handeln hier diese acht bit 8 bit dargestellt durch zwei mal die hexadezimal ziffer f f repräsentiert 1 1 1 1 2 f davon repräsentieren mir genau ein bit string aus 8 1 bits das ist genau die bit maske die ich an der stelle benötige hiermit operiere ich genau die roten relevanten roten 8 bits heraus leider sind die noch um 16 bits nach links verschoben das kann ich sehr einfach reparieren indem ich hier mit dem bit shift operator mich um 16 bit weiter nach rechts bewege was ich jetzt in der hand halte hier in der variablen red ist tatsächlich in acht bit wert zwischen 0 und 255 der mir die rote pixel identität identifiziert ja das kann ich natürlich mit dem grünen anteil ganz genauso machen hier ist die bit maske die mir genau die acht grünen mit raus operiert um acht bits nach rechts verschoben das ergibt mir genau den grünen wert zwischen 0 und 255 ja hier sind die acht bits des blut blau wertes die sind schon ganz rechts platziert hier in dem in dem pixel wert kein weiteres shifting notwendig die blauen pixel kann ich einfach so in die hand nehmen jetzt habe ich die roten die grünen und die blauen pixel anhand ganz hervorragend ja dann check ich hier unten einfach nur noch in diesem prädikat ob der blaue anteil größer ist als der der durchschnittliche farbanteil den wir irgendwie so aufgenommen haben ja red green und blue sind jeweils farben und identitäten intensitäten zwischen 0 und 255 die allein ein pot geworfen durch drei geteilt das ist die durchschnittliche farb intensität in diesem pixel sollte blau stärker sein als der durchschnitt dann definiere ich dieses pixel als bläulich ok bläulich ist für mich der hinweis hey du pixel soll es in wirklichkeit durch den hintergrund durch das zweite bild durch ein pixel im zweiten bild ersetzt werden ok das ist schon mal ein stück infrastruktur das ich bräuchte um diese blue screen technik irgendwie einzusetzen alles klar dann lass uns mal kurz rüber gehen hier in den editor da sind wir schon und ihr seht ja genau diese routine die blue routine die habe ich hier schon mal hinterlegt in meinem feil bluescreen.c0 das feil bluescreen.c0 das hat hier eine entsprechende kommentar schon und lässt ein bisschen platz für mich hier an der stelle wo der cursor blinkt um jetzt gleich meine blue screen technik hier in 10 0 zu implementieren ok ich habe auch schon main programm mitgebracht und an die main programm kann man ablesen wie ich dann nachher meine blue screen technik in so einem 10 0 programm irgendwie aufrufen möchte ok also ja es sollte nicht verwundern dass ich mir zum zur anwendung der blue screen technik zwei bilder besorge ein vordergrund ein foreground fg bild und ein background bild bg wie komme ich an diese entsprechenden bilddaten ran ich benutze die image load routine aus meiner img library hier ein fahrt angegeben in diesem fall ist das entsprechende png fall im aktuellen working directory zu finden brauche ich keinen fahrt der entsprechende png dateinamen erreicht das ist der background ic road ok also diese beiden bilder hier die werden gleich zusammen gemischt werden ok bei der zusammenmischung entsteht ein neues bild und das hier das ist die variable vom typ image t das ist die repräsentation von png bildern in meiner img library in meiner image library ja das hier ist das das komponierte das zusammengesetzte bild das ich berechnen werde und zwar mit der funktion blue screen die leider noch nicht existiert aber die wir innerhalb der nächsten minuten bauen werden die blue screen funktion wird den foreground und den background jeweils zwei bilder zwei werte vom typ image t konsumieren wir daraus das zusammengesetzte bild irgendwie konstruieren alles klar dann habe ich das komponierte blue screen komponierte bild in der hand leider nur als interne datenstruktur hier in meinem c0 programm ich hätte das gerne als png-file auf meinem file system verfügbar kein thema das kann ich mit der image save routine machen das war eine funktion eine void funktion aus der image library alles was mich daran interessiert ist der seiteneffekt den diese funktion aufs file system haben wird sie wird nämlich mein bild das gerade zusammengesetzte bild nehmen und hier in ein png-file diesen file namens im aktuellen working directory speichern genauso soll die ganze kiste ablaufen alles klar dann schauen wir doch mal ob erstmal gucken wir erstmal diese png werden ob die tatsächlich irgendwie geeignet sind um hier in unserem in unserer blue screen technik mitzuspielen das hier soll der foreground sein der 80 80 den kann ich mir mal anschauen hier in meinem in meinem editor das ist das 80 png das wird der vordergrund sein ihr seht das hat schon einen interessanten foreground hier nämlich diesen imperial walker und ja alles was irgendwie nicht der vordergrund ist alles was irgendwie nachher wie background sein soll ist schon mit blauen pixeln belegt ihr seid ihr seht dass das nicht so richtig rein blaue pixel sind sondern es ist so eine blauer stoff der einer stelle hinterlegt wurde aber die pixel sind auf jeden fall bläulich und ich würde vermuten und hoffen dass meine bluish predikat diese pixel tatsächlich als bläulich erkennen kann okay also überall wo hier blau zu sehen wird zu sehen ist soll nachher der hintergrund durchscheinen und der hintergrund das war das bild icy road hier ist das ihr seht das ist der blick auf so eine vereiste landstraße hier ich sitze gerade irgendwie am steuer meines fahrzeugs und gucke auf diese vereiste landstraße das wird mein entsprechendes hintergrundbild sein dass ich benutzen werde okay also zwei bilder sind mir zur verfügung das et und t bild und das ist übrigens zwei bilder die in ihrer pixel größe in ihrer breite und ihrer höhe exakt identisch sind das ist eine gute sache weil er nämlich genau ein pixel aus dem vordergrund genau mit einem pixel an der gleichen stelle in dem hintergrund übereinstimmt das macht mir das processing meine blue screen technik deutlich einfacher und ich werde meine routine so programmieren dass sie sich tatsächlich darauf verlassen dürfen dass die beiden bilder vordergrund fg und hintergrund bg das tatsächlich exakt gleich groß sind was wir generieren werden ist auch ein bild das exakt diese größe hat wir können ja mal die entsprechende img library hier auf das bild anwenden und mal schauen was tatsächlich für eine größe an pixeln denn hier vorliegt okay kommen dann können wir gleich mal trainieren wie mit der img library umgeht also ich rufe hier mal coin auf und lade tatsächlich mit minus l img die image library auch noch die print bits 0 die bekannte das bekannte file damit ich gleich auf die einzelnen bits die ich finde in dem art und t png file schauen kann okay alles klar wenn ich jetzt hier auf die functions schaue die mit zur verfügung stehen dass man ein bisschen größer machen hier schau a t und t dann sind das schon eine ganze menge da sind nämlich auf jeden fall die funktion aus der image library jetzt hier zur verfügung die habe ich jetzt hier mal geheiltet was auch noch mit zur verfügung ist ist offensichtlich con io jetzt geheiltet das kommt wahrscheinlich aus meinem print bits dot c null file und aus dem print bits dot c null fall bekomme ich dieses hier geschenkt also jetzt hat sich schon eine richtig große familie an funktionen hier ein gefunden kommen dann lasst uns mal den a t und t hier einladen wir werden uns eine image t variable deklarieren okay dass diese variable 80 80 die wird in meinem c0 programm die repräsentation des pnw bildes sein ich werde die nicht nur deklarieren ich werde hier auch gleich mal initialisieren indem ich mir tatsächlich das 80 80 png bild einladen mit image load das ist eigentlich genau das image load kommando das wir auch gerade schon im bluescreen dort c0 gesehen haben okay tatsächlich konnte das ding geladen werden ja hier ist schon wieder so komische 32 bit adresse für mein image angegeben und auch das hier sieht irgendwie komisch aus kommen wir später darauf in der vorlesung auch das hier ist ein hinweis darauf dass so ein bild wahrscheinlich eine large value ist und in der variablen 80 80 befindet sich nicht tatsächlich das bild selber sondern es befindet sich eine referenz auf die bild daten darin okay das haben wir schon kennengelernt bei den rs so jetzt mal mit image with das war eine funktion aus der image library da drauf geschaut und mal schaut wie viel pixel breit denn das at&t bild ist 1200 pixel breit es ist wie viel pixel hoch 900 pixel hoch also 1200 x 900 pixel hat das ganze die pixel die werde ich mir jetzt mal hier tatsächlich in meine c0 umgebung holen und zwar mit der image data funktion was ich da rein stecke ist die repräsentation meines bildes okay was ich jetzt erhalte ist ein array aus lauter pixel daten okay mal schauen okay schon geladen worden hier ist die entsprechende adresse im hieb in dem sich tatsächlich das pixel r jetzt befindet dieses integer array ein large value der eindeutig zu groß ist als dass wir ihn irgendwie in 132 bit variablen darstellen können ihr seht da befinden sich tatsächlich 1200 x 900 also über eine million pixel in diesem bild und die sind jetzt alle in diesem array hier an der stelle gespeichert wir könnten ja mal in das array reinschauen und zwar mit pixels null und das müsste das pixel ganz links oben hier in ecke sein nach unserer diskussion im letzten video mich interessieren tatsächlich die bits die ich in diesem pixel irgendwie finden werde einmal flash bitte und dann schauen wir mal auf die pixel da an der stelle rein okay das sind tatsächlich 32 bit die das pixel ganz links oben hier am array index 0 das heißt an der koordinate x gleich 0 y gleich 0 in diesem 80 und 80 png irgendwie ausmachen die obersten 8 bit hier das war der sogenannte alpha wert der bestimmt ob der pixel irgendwie durchscheinend ist oder ob er tatsächlich sichtbar ist alle pixel in diesem bild hier scheinen mir tatsächlich voll sichtbar zu sein und diese 8 bit hier oben die zusammen den wert 255 darstellen bedeutet auch tatsächlich ja das ist so dieses entsprechende diese entsprechende pixel ist voll sichtbar und nicht transparent die untersten 8 bit lassen wir kurz 8 bit abzählen die hier die untersten 8 bit die zeigen mir den rgb den blau anteil des entsprechenden pixels an der stelle 00 an das ist das pixel hier oben in der ecke sozusagen das scheint mir irgendwie bläulich zu sein und wenn ich den entsprechenden blau anteil der anschaue dann ist der hier schon mal mit 27 belegt also der ist irgendwie über 200 sozusagen der ist wahrscheinlich relativ groß oder überdurchschnittlich groß und ich denke mal er wird tatsächlich von meiner bluish funktion als als tatsächlich blau klassifiziert werden ich denke das sieht alles ganz sauber aus okay also ich denke jetzt müssten wir genug vorbereitung und überlegungen gemacht haben um tatsächlich hier mal unser blue screen programm zu schreiben kommen dass uns das mal machen das ist der hauptjob den wir in diesem video gerade haben okay okay also hier hier an der stelle lasst uns die blue screen funktion bauen die funktion die uns neues bild konstruiert nämlich das zusammengesetzte bild so soll die funktion heißen okay alles dort was da reingeht sind zwei argumente die jeweils wieder bilder sind das foreground bild und das background bild das ist genau das was an der stelle reingeht okay hier wird irgendwann der body stehen schauen wir mal bald kümmern uns darum worum ich mich erst kümmern würde wären vorbedingungen die wir an unseren aufrufer stellen der uns diese beiden bilder fg und bg in die hand gibt diese beiden bilder sollen auf jeden fall exakt gleich groß sein okay das ist eine vorbedingung die ich hier stellen werde wenn die vorbedingungen erst mal erfüllt ist darf ich mich innerhalb des bodies von bluescreen darauf verlassen dass die vorbedingung tatsächlich gilt also hier wenn ich auf die image width von foreground und von background schaue dann sollen die bitte identisch sein okay das sind zwei integers die da rauskommen die kann ich locker mit leicht leicht vergleichen also die image width sollen schon mal übereinstimmen ich verlange auch dass die image heights übereinstimmen also height hier kommt nur die und hier noch mal ok also breite und größe des entsprechenden bildes der vordergrund hinter und bilder sind tatsächlich gleich es gibt eine eins zu eins entsprechen zwischen vordergrund und hintergrund pixel das hilft mir bei der implementation meiner funktion nachher okay ich kann dafür auch was zusichern nämlich das bild das ich für dich konstruieren werde und dass ich ein bild konstruieren werde das ist klar das sieht man hier schon angebnis typ okay also das bild das ich für dich berechnen werde dass das result bild das wird genauso breit sein wie der vorgrund ok und mit der höhe wird sich ganz genau so verhalten die wird sich genauso im resultat verhalten wie die im vorgrund und durch transitivität werden dann hintergrund vordergrund und auch das resultat genau die gleiche größe haben okay das sind meine vorbedingungen die ich an der stelle und natürlich auch die zusicherung die nachbedingungen hier die ich an der stelle zusichern möchte alles klar jetzt darf ich mich darauf verlassen wenn ich hier zeile 25 anfange zu zu programmieren dann darf ich mich tatsächlich darauf verlassen dass diese vor und nachbedingungen diese vorbedingungen gelten ich muss aber auch dafür sorgen dass die nachbedingungen gelten okay alles klar ja wir werden gleich über die pixel von dem vorgrund und dem hintergrund laufen müssen wäre gut zu wissen wie viele pixel das tatsächlich sind wir müssen nämlich das entsprechende pixel array von vordergrund und hintergrund und wir besuchen jeden einzelnen index in einzelne pixel in dem array besuchen wäre klasse zu wissen wie breit und wie hoch denn diese beiden bilder tatsächlich sind okay um nachher daraus berechnen zu können wie viele pixel sich überhaupt in den bildern befinden und wir zu verarbeiten haben darum werde ich mir hier erstmal die dimensions von den input pictures besorgen und ich weiß die dimensions der input pictures das werden auch gleich mein output pictures sein da sagen wir oben schon meine nachbedingungen an der stelle dann mache ich das die mit von dem ganzen die ist die image wird vom vorgrund und die height ist die image height an der stelle okay so und dank der zusicherung dass die image width und heiz und vom resultat und vom hintergrund und sowieso alle gleich sind suche ich mir eins von dem vorgrund und background bildern hier an der stelle aus um damit die stellvertretende breite und höhe von allen drei beteiligten bildern irgendwie zu bestimmen alles klar so ich werde nachher ein bild konstruieren müssen und das kann ich wie gesagt hier an dem resultat von bluescreen ablesen das input bild oder lieber hier gesagt das input bild und das output bild haben wir schon wo ist das resultat bild das ich bauen kann okay das wird der output sein das ist mein zusammengesetztes bild mein composite picture und das werde ich mir an der stelle kreieren das wird mein zusammengesetztes bild sein ich werde also ein neues bild kreieren und die image library wie im letzten video besprochen hat genau eine funktion dafür die braucht bloß zwei parameter hier an diesen beiden stellen die beiden parameter geben an wie breit und wie hoch denn das neue bild sein soll okay damit ist dann das c0 system in der lage ein pixel array auf dem hieb zu allozieren das genau entsprechend genug platz hat genau genug indizes hat um alle pixel tatsächlich aufzunehmen gott sei dank habe ich die entsprechenden größen gerade berechnet wd und height width und height kann hier tatsächlich als parameter gleich reinwerfen okay dann würde ich mir die pixel arrays von dem foreground von dem background und auch von dem composite picture unser output picture jetzt an der stelle mal besorgen also den pixel arrays sind integer arrays die foreground pixels die berechne ich aus dem image data von meinem vorgarten die background pixels die werde ich entsprechend aus aus meinem hintergrund berechnen so in diesen beiden arrays finde ich die pixel daten der beiden input bilder ich werde schreiben in das kommt pixels array das sind die image daten für mein output bild für mein zusammengesetztes bild alles klar okay wir werden also aus diesen arrays hier lesen vor allem aus den pixeln hier im foreground pixels array da werden wir den blues check anwerfen okay man ist klar und ja in das kommt pixels array werden wir schreiben entweder den entsprechenden pixel aus dem foreground oder falls der bläulich gewesen ist den entsprechenden pixel aus dem background okay was uns also jetzt an der stelle trifft ist das hier dass man ein bisschen einrücken in den kommentar ein bisschen ihr seht ich habe übrigens die highlight in color in meinem editor geändert nach eurem feedback hier im discord vielen dank dafür dass das etwas zu dunkle orange war schlecht zu sehen wenn wir hier die kommentare am wickel hatten jetzt habe ich das ganze ein bisschen heller gemacht bitte gibt mir feedback ob das an der stelle besser zu lesen ist ob das so in ordnung geht okay ja dann ist es jetzt zeit tatsächlich zeit über die pixel von foreground und background irgendwie zu laufen die pixel anzuschauen und checken ob die tatsächlich bluish sein sollten okay also vor loop her wir werden uns eine zähler variabel eine index variabel pixel besorgen und die setzen wir auf 0 das heißt wir fangen ganz oben links oben an dem index 0 das entspricht der x und y kondite 0,0 in den bildern dort werden wir unser processing beginnen okay wir werden mit dieser pixel variablen dieser diesen index variablen werden sich die ganzen bilder bewegen und die langsam hoch zählen wir werden aber niemals die den wert mit malheit das ist die maximale anzahl an pixeln die werden wir niemals überschreiten von index 0 bis with malheit minus 1 hier ist ein echtes kleiner zeichen werden wir die pixel irgendwie in den arrays besuchen und tatsächlich verarbeiten nach jedem verarbeitungsschritt den wir jetzt gleich in dem vorblock und wie formulieren werden wir unser pixel array und sein index hier an der stelle erhöhen so ok also hier innerhalb dieses vor loops können wir jetzt auf die pixel zugreifen ok also lasst uns checken sollte sich tatsächlich sollte sich tatsächlich hier unter den foreground pixel und zwar genau an dieser stelle sollte sich da ein pixel befinden das blau ist das bluish ist ok hier kommt mein prädikat zum einsatz falls hier ein boolean gleich true rauskommen sollte ok falls es tatsächlich der fall sein sollte ja dann weiß ich wie ich das hintergrund pixel an der gleichen stelle zu definieren habe das ist dann nämlich ein background pixel das ist gerade das wesen der back der bluescreen technik das ist gerade das wesende bluescreen technik hier an der stelle scheint der hintergrund durch ansonsten ansonsten wird an der stelle in meinem zusammengesetzten bild der vordergrund verbleiben ok hervorragend so soll es an der stelle aussehen und damit ist meine meine bluescreen processing loop an der stelle eigentlich schon komplett nicht vergessen hier an der stelle tatsächlich das berechnete bild kommt zurückzugeben das kommt bild hat tatsächlich alle daten jetzt dies benötigt ich habe es hier an der stelle erzeugt mit der korrekten breite und höhe hier in diesem loop habe ich in diesen zuweisungen die entsprechenden bild pixel daten die farb daten und wie festgelegt ok damit ist das ein komplettes bild dass ich hier mit return kommt zurückgeben kann und tatsächlich das entspricht auch dem ergebnis typ jetzt schon zum dritten mal hervorgehoben meiner bluescreen funktion hier an der stelle ok ja das hier ist eine conditional statement dass ich an der stelle verwende um jeweils entweder diese eine oder diese andere zuweisung durchzuführen ihr seht dass der if block nur aus einer einzelnen zuweisung besteht und diese einzelne zuweisung darum nicht unbedingt in geschweifte klammern eingefasst werden muss das habe ich mir an der stelle mal als freiheit genommen genauso ist es hier im else block und genauso könnte es eigentlich streng genommen auch hier in dem ganzen vor block sein das ist ein einzelnes if statement das einzige statement das den vor block ausmacht ich könnte hier an der stelle also auch dieses und diese geschweifte klammer entfernen ok ich mache das mal an der stelle nicht ich könnte das an der stelle machen die caveats die wir besprochen haben in vorherigen videos die würden natürlich an der stelle gelten ok das wäre die implementation meiner bluescreen technik ich glaube mehr ist an der stelle nichts zu tun dann lasst uns das mal versuchen zum fliegen zu bringen modulo aller fehler die wir uns an der stelle eingehandelt haben cc0 vom bluescreen ok und ja ich bin mutig und werde auch gleich mit einem minus x das ganze versuchen und wie zur ausführung zu bringen also at&t und icroad werden gemischt ja und werden zu komposit.png irgendwie durch bluskern technik zu einem bild und wie zusammen gemischt mal gucken wie fehler ich mir so eingehandelt habe sieht gut aus eigentlich ok dauert ein stück bisschen kompilation ist da wieder mit drin die ausführung der entsprechenden bluescreen mix technik müsste eigentlich ratzfatz gehen lassen uns das nochmal ausführen hier ja das geht einigermaßen fix ok damit müsste jetzt hier ein pfeil entstanden sein das nennt sich komposit.png 28 april 11.04 uhr checken genau eben gerade ist dieses bild geschrieben worden im pfeil system dank unseres image safes aufruf ok dann schauen wir rein was komposit.png denn hier an der stelle ergeben hat einmal frei ich sitze in meinem auto am steuer fahr hier durch diese durch diese forststraße und so weiter und einmal nicht genau hingeschaut irgendwie fetzerscheibe nicht richtig frei gekratzt mein gott steht ein at&t auf dem feldweg alles klar hervorragend das ist die bluescreen technik im einsatz genau das ist das was ich hier an der stelle irgendwie verklickern wollte was hat das ganze nachher ausgemacht das ganze war einfach eine anwendung der image library und relativ einfaches processing relativ einfaches array processing das wir ja auf den pixel daten durchgeführt haben ok damit sind wir an der stelle fast durch wir sind auch schon bei 28 minuten ganz hervorragend möchte euch noch ein konstrukt verkaufen ein 10 0 konstrukt verkaufen dass wenn ich auf diese auf dieses entsprechende konstrukt hier schaue dass sich an der stelle geradezu aufdrängt darum bitte gibt mir noch fünf minuten um euch dieses konstrukt einer stelle zu verkaufen wir können es dann hier gleich gewinn bringen zum einsatz bringen ok und das konstrukt von dem ich hier reden möchte ist der sogenannte bedingte ausdruck achtung nicht verwechseln mit dem bedingten statement ok wovon ich spreche ist ein bedingter ausdruck eine conditional expression und darum habe ich hier an der stelle hier auch gleich wieder auf den e modus auf den expression modus geschaltet ok also achtung alles klar und ein bedingter ausdruck hat die möglichkeit ein ausdruck zu berechnen der sich entweder so oder so ergibt er gibt auf jeden fall einen wert aber wie ich diesen wert berechne das hängt von der bedingung p ab ok ich kann also die berechnungsvorschrift für den wert anhand eines prädikats p irgendwie auswählen oder was alles klar ja dann brauche ich genau drei ingredienzien ich brauche so ein prädikat p das mit zwischen der einen oder der anderen berechnungsvorschrift auswählt ich brauche zwei ausdrücke die genau diese beiden berechnungsvorschriften irgendwie enthalten entweder es wird der ausdruck e1 ausgewertet oder es wird der ausdruck e2 ausgewertet eins von beiden dingen trifft auf jeden fall zu ok ich habe nicht die option und wie gar nichts auszuwerten und damit würde der ausdruck den ich berechnen möchte wie keinen definierten wert haben entweder e1 oder e2 kommt zum zug wer zum zug kommt entscheidet p damit ist auch klar dass e1 und e2 vom gleichen typ tau sein müssen manchmal wird sich p für true entscheiden und dann wird e1 den entsprechenden wert beitragen und wenn und manchmal wird sich p für fort entscheiden und e2 wird seinen wert beitragen wenn e1 und e2 an der stelle verschiedene typen hätten dann würde je nachdem zur laufzeit das prädikat p entscheiden können ob hier mal ein integer und mal ein boolean rauskommt kann nicht sein ein entsprechender ausdruck auch so ein bedingter ausdruck hat einen wohl definierten festen typ tau ok hier seht ihr die syntax für diesen bedingten ausdruck alles klar sieht völlig anders aus als ein if else statement macht auch was anderes ok also prädikat p auswerten entweder p ist true dann kommt e1 zur auswertung oder p ist false dann kommt e2 zur auswertung das hier berechnen wir einen wert von typ tau ok hier geht es mir um die berechnung von werten und nicht um die auslösung von seiten effekten in einem if oder else block gibt keine if und else block hier gibt nur expressions ok wie sich das ding verhält habe ich gerade eben schon verbal erläutert das ist hier auf der folie auch entsprechend festgehalten und ich würde euch ich würde euch gerne an daran unsere diskussion von den sogenannten conditional expressions in scheme in informatik 1 erinnern die condition expressions die kam in dieser form daher ok also ich p1 e1 e2 alles klar auch in dieser form wurde das prädikat p ausgewertet und je nachdem wie die auswertung von p vor sich ging wurde dann entweder e1 oder e2 ausgewertet niemals wurde nichts ausgewertet niemals wurden beide ausgewertet genau einer von den beiden wird ausgewählt und der bedingte ausdruck hier in dieser fragezeichen doppelpunkt notation in c0 oder in allen programmiersprachen der familie c eigentlich hat genau die gleiche semantik das ding hier macht null sinn ok ein if statement ohne else block macht sinn eine bedingte anweisung ohne die alternative wie soll denn berechnet werden falls sich p hier an der stelle sofort auswertet macht einfach keinen sinn was hätte dieser ausdruck für den wert sollte p zuvor ausgewertet werden sowas wie undefiniert oder sowas ist an der stelle keine option wir würden an der stelle auch das programm nicht abbrechen das ist schon syntaktisch illegal und das ist in ordnung so weil es semantisch fragwürdig ist wir könnten im fall von p gleich fort diesem ganzen konstrukt keinen wert zu ordnen ok das ist eigentlich ein operator ein operator wie es eigentlich auch das plus oder mal ist es ist muss ein operator der drei argumente 1 2 3 konsumiert ok das ist ein bisschen ungewöhnlich man sind solche operatoren in denen sich dann die operator symbole wie das fragezeichen hier oder der doppelpunkt zwischen zwischen mehreren vielleicht drei solcher argumente irgendwie einfinden die nennt man auch mix fix operatoren weil sie sich irgendwie ja teilweise befindet sich links was von den operatoren teilweise dazwischen teilweise rechts davon und so weiter das ist ein sogenannter mix fix operator aber auch dieser operator hat eine assoziativität er assoziiert nämlich nach rechts wir können das gleich in der coin rappel mal ganz kurz ausprobieren was das tatsächlich bedeutet ok und weil das ganze ding nach rechts assoziiert das ist eine gute festlegung dann werden nämlich solche längeren chains hier das ist ein relativ komplexer bedingter ausdruck der da wie entsteht die werden dann nicht interpretiert wie genau hier die unterstreichung jetzt gerade eben kennzeichnet ok dieser fragezeichen doppelpunkt apparater der assoziiert nach rechts und damit werden die klammern hier gesetzte ok hier werden die klammern gesetzt und das macht auch sinn sollte p1 zuvor ausgewertet werden dann wird kommt er 1 nicht zum zug sondern es kommt dass die in runden klammern zum zug und sollte sollte ich hier tatsächlich diesen teil auswerten müssen werde ich jetzt mit p2 entscheiden ob denn vielleicht e2 oder e3 zum zug kommen können dann erlaubt mir diese assoziativität nach rechts tatsächlich so eine gestaffelte so eine geschachtelte schrittweise auswahl zu treffen die mir sogar zwischen drei verschiedenen ausdrücken e1 e2 und e3 die auswahl gibt bei der auswertung das entspricht übrigens ganz genau der steam klammerung die wir so oft benutzt haben im semester informatik 1 lass mal ganz kurz hier zurückgehen noch mal in die coin rappel ich starte mal hier an der stelle das coin ok und wenn ich mir jetzt hier sowas angucke true false 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 true mein gott sieht kompliziert aus ist tatsächlich eine hintereinander anwendung dieses fragezeichen doppelpunkt operators hier hier kommt er noch mal vor ich weiß das ganze assoziiert nach rechts ok wenn ich mir das überlege das assoziierten rechts also hier was ich jetzt markiere da stehen eigentlich implizit klammern drumherum ok ja also hier wird jetzt wie true zu true ausgewertet das hier wird zu true ausgewertet ganz hervorragend dann kommt eigentlich hier das false an der stelle zum zuge und das ganze hier müsste eigentlich zu false ausgewertet werden ok sieht gut aus würde diese operatoren nach links assoziieren denn wer da hier eine implizite klammer wie zu sehen ok ja was würde also passieren wir würden also hier diesen geklammerten ausdruck zuerst auswerten true ergibt sich tatsächlich ergibt tatsächlich die auswertung dieses ersten teils hier vorne das ist false also die gesamte klammer hier die hier gerade irgendwie die implizite klammer die ich markiert habe die wird sofort ausgewertet ok falls wird hier benutzt um zwischen diesen beiden kollegen auszuwählen falls will tatsächlich hier den hinteren den hinteren zweig aus und ja damit das ganze dann zu also bei einer klammerung hier vorne die ich explizit angeben muss da würde ja tatsächlich zu herauskommen und die implizite klammern die ich natürlich auch explizit setzen kann die wird mir falls an der stelle liefern also kommt nicht so oft vor dass man solche condition expressions irgendwie ineinander schachtelt oder so lange chains aufbaut seid euch über die assoziatorität des entsprechenden operators bewusst so und warum ich gesagt habe dass wir diesen operator jetzt gleich jetzt gleich bei der implementation unserer blue screen technik gut zum einsatz bringen können hier dieser gerade noch orange markierte teil den können wir nämlich an der stelle sehr sehr schön und sehr sehr elegant vielleicht sogar noch kompakter durch die durch durch die bedingte durch den bedingten ausdruck ersetzen zurzeit nutzen ein bedingtes statement ok if else ist das bedingte statement ok wir könnten das auch gleichwertig durch einen bedingten ausdruck ersetzen die idee die dahinter ist ist die folgende kommen lassen wir kurz auf die kamera umschalten hier geht das ja geht alles klar die idee dahinter ist die folgende sollte ich auf ausdrücke und zuweisung stoßen die so aussehen ok sollte ich sowas in meinem programm haben dann ist das eine super abkürzung dann ist das eine super abkürzung für etwas was sich mit einem conditionals statement auch hätte so schreiben können ok wieder benutze ich das prädikat p um eine entscheidung zu treffen hier in dem if block würde ich eine zuweisung von v an e1 durchführen im else block kann man das noch sehen dann kann man nicht mehr sehen wir scrollen mal ein bisschen hoch hier so alles klar hier in dem else block würde ich eine zuweisung von v an e2 vornehmen ok also zwei zuweisungen die hier in diesen if und den else blöcken versteckt habe die könnte man eigentlich auch durch eine zuweisung ausdrücken die hier auf der rechten seite als r value die auf der rechten seite eine conditional expression einen bedingten ausdruck trägt ok je nachdem wie p ausgewertet wird vielleicht zu falls ist das hier der entsprechende wert meines bedingten ausdrucks der würde an v zugewiesen werden das ist hier unten ganz genau so sollte p falls sein kommt diese entsprechende zuweisung zum zuge und v wird auf e2 zugewiesen und bei tru fällt es sich genau andersrum eine sehr schöne kompakte möglichkeit solche bedingten zuweisungen zu implementieren mit hilfe von dem fragezeichen doppelpunkt operator kommen das können wir an der stelle mal versuchen und wie nachzuvollziehen ok denn in diesem inneren block hier wird auf jeden fall eine zuweisung durchgeführt an diese variable hier das war eben gerade die variable v auf meinem blatt papier ok auf jeden fall wird an diese variable eine zuweisung durchgeführt ein ausdruck der form möchte ich jetzt hier an der stelle hinschreiben und das prädikat das kredikat bluish foreground pixel wird die entscheidung für mich treffen und lass uns eine neue zeile packen hier dieses prädikat wird für mich die entsprechende entscheidung treffen welcher von den pixeln setzt sich durch welcher darf tatsächlich an kommen pixels zugewiesen werden sollte das ganze ding tatsächlich hierzu zu auswerten dann ist das der ausdruck den wir auswerten wollen ok ja und das wäre mein ersatz conditional expression für dieses conditional statement dass ich jetzt an der stelle da eigentlich auch löschen könnte ok ein bisschen schöner eingerückt so das wäre mein ersatz an der stelle mein kompakter schön lesbarer ersatz für das conditional statement das ich an der stelle vorher eingesetzt hatte alles klar also ein schöner einsatz für unseren fragezeichen doppelpunkt operator kommen das mal gucken ob das ganze noch fliegt hier auf die gefahren dass ich jetzt einen fehler eingebaut habe wir übersetzen nochmal und lassen nochmal ausführen ich denke es sieht weiterhin gut aus das ist weiterhin unser bluescreen algorithmus ok neuer operator bedeutet es vielleicht zeit auch mal kurz auf den update der operatortabelle zu schauen hier ist ein update der operatortabelle die letzte slide die ich euch jetzt hier zeige ihr seht wir sind schon relativ komplett hier ein bisschen was fehlt uns noch das werden wir sehr sehr bald auffüllen das ist immer nur noch ein ausschnitt aus der 10 0 operatortabelle was wir jetzt damit drin haben ist hier der mix fix operator der nach rechts assoziiert der einen bedingten ausdruck und wie darstellt hier an priorität stufe 2 eingeordnet es gibt auch die zuweisung und die zuweisungs operatoren die wir uns in den letzten videos irgendwie angeeignet haben die befinden sich wie die zuweisung hier unten in den unteren prioritätsstufen was sehr sehr sinnvoll ist so dass was rechts von so einem zuweisungsoperator steht tatsächlich irgendwie stärker zusammenbindet rechts von dem zuweisungsoperator wird erstmal komplett ausgewertet es wird ein entsprechender wert bestimmt und erst der erst der ist dann tatsächlich ein argument meines zuweisungsoperators das ist genau das intuitive das man an der stelle irgendwie vermuten würde ich habe mir jetzt hier mal die freiheit raus genommen diese konvention vorzuführen und zwar die die position der eigentlichen argumente in solchen mix fix operatoren oder vielleicht auch hier bei diesen unäheren operatoren die in präfix schreibweise geschrieben werden die position der argumente mit diesen kleinen quadraten irgendwie anzudeuten das habe ich nicht gemacht bei den binären operatoren die sowieso links und rechts immer ein argument erwarten seht ihr unten in der letzten seite der slide aber ich hoffe dies die die entsprechende slide wird so aussagekräftiger und gibt euch information darüber ob wir hier einen binären einen mix fix operator oder einen präfix operator vor uns haben 40 minuten zeit ist um ich hoffe die blue screen technik war es wert ich danke euch für die aufmerksamkeit deckel drauf auf chapter 03 ich hoffe wir sehen uns in chapter 04 wieder ich bin jedenfalls hier haut rein tschö ich bin jedenfalls hier haut rein tschö ich bin jedenfalls hier haut rein tschö ich bin jedenfalls hier haut rein tschö